Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Wir starten jetzt einfach mal den zweiten One wieder mit Isaac Außerdem werde ich jetzt mal versuchen die beiden hier freizuschalten Weil das müssen wir ja auch mal irgendwann machen Irgendwann mal ist gut, ich bin in den zweiten One, aber egal Das heißt, ich werde richtig hart versuchen, mich in den ersten beiden Ebenen nicht verletzen zu lassen Wenn ich mich verletzen lasse, zumindest keine Herzen aufzusammeln Curse of the Labyrinth Äh, das ist nicht schön Und ja, das ist zumindest der Plan diesmal Und außerdem ist der Plan natürlich auch wieder zu Mom zu kommen Und dann nachdem was nach Mom kommt Außerdem, was ich auch noch sagen könnte Ich habe letztes Mal richtig viele Dinge neu gedacht, die nicht neu waren Aber das stand alles in den Kommentaren Also wenn ihr wissen wollt, was Auch hiermit kann man Items bewohnen, aber da ich nicht weiß, was es ist, nehme ich es einfach Und ich habe kein Geld Holy Shoot Also meine Augen leuchten jetzt, ist das gut? Ich glaube schon, ich hoffe doch Was seid ihr? Achso, ne, euch kenne ich Ja, ja, ihr seid scheiße Ich erinnere mich Nicht so scheiße, aber Ihr seid schon noch ziemlich nervig Nicht raffen, lass ihn Er ist ein Dingel gekommen Dann habe ich das natürlich sofort verkackt mit dem keinen Schaden nehmen Weil gegen Dinge zu besiegen Gegen Dinge zu besiegen ohne Schaden zu nehmen Das werde ich nie ohne Männchen kriegen Ab und zu leuchten meine Tränen Ich weiß nicht, was die heiligen Tränen machen Was werden wir früher oder später vielleicht noch sehen? Geld trinket die Welt Das ist gut Das ist sehr, sehr gut Was ist denn das, wenn wir fliegen? Die kenne ich gar nicht Ah, ein heiliger Strahl Das ist ja schön Gott hilft mir Diesmal werde ich nicht so dumm sein Und das da aufzumachen Da rechts Wo es nur ein Shop ist Hm Noch mal kaputt Und das auch Dann hier runter Hier ist der Boss Ist hier sonst noch irgendwo was? Das möchte komplett ausgekundschaftet werden Da oben kann ich noch hin Was heißt eigentlich Curse of the Labyrinths? Das weiß ich gar nicht Das weiß ich Ich kenne die ganzen Curse nicht Ich weiß, dass es sie gibt Aber was sie machen, frag mich nicht Alter Okay, das war leicht Das ist so eine Riesenspinne Die ist etwas ungünstig gespawnt Isaac vs. Brav Okay, das gefällt mir gar nicht Wa Ehrlich Tränen machen schon ganz schön Schaden, ne? Warum ist der Raum so klein? Das gefällt mir, will mir gar nicht gefallen Man macht ja voll wenig Bomben Und das ist Mr. Boom Reusable Bomben, buddy Achso, kann ich mir zuerst jetzt eine Riesenbombe legen? Das ist ja gut Da ist noch ein Goldraum Es gibt zwei Was soll Also ich möchte mich jetzt nicht beschweren Versteht mich bitte nicht falsch Aber Das finde ich gut Batterie, okay Und das ist Transcandentiers Autsch Ah Das ist ja interessant Oh Gott Wie sehe ich denn von hinten aus? Gucke ich jetzt mal Boah Wo könnte denn der Geheimraum sein? Ich habe ja meine Reusable Bomb Bei die ein paar Batterien Die jetzt wieder aufladen Wenn ich mich richtig erinnere Genau Da links ist er schon mal nicht Dann ist er vielleicht Hier rechts So Auch nicht Dann halt nicht Dann könnte er eigentlich nur noch hier rechts sein, oder? Hier so Tatsächlich Wow Ist ja der absolute Oberhammer Ich habe die ganzen Batterien genutzt, um eine Batterie zu finden Ist ja der Wahnsinn Na egal Ich will mich mal nicht beschweren Ach ja Und ähm Obwohl jetzt wieder eine Woche keine Videos kamen Falls dieser Mann wieder zwei Parts schauen sollte Werden die wieder direkt hintereinander kommen In zwei Tagen Einfach weil ich das besser finde Ja Und danach wird wahrscheinlich wieder eine Woche kein Video kommen Hoffentlich nicht Gimini Dich kenne ich Du bist eigentlich kein mehr Ach die gehen jetzt überall durch Auch die Steine Das ist gut Meine Tränen Das freut mich Oh Gott Da habe ich mich ein bisschen Muss auch den kleinen bisschen angreifen Weil sonst wird er zu stark Wenn ich den großen besiege So war es doch, oder? Ich glaube Kann mich auch komplett irren Ah Stirb Einen grausamen Tod Du auch Du kleines Mistding Und das war es Und jetzt ist der sauer Hilfe Aber der rennt mir nur hinterher Macht sonst eigentlich nichts Wenn ich es richtig noch weiß Oh oh Okay Damit hat sich das mit Keinen Schaden Äh Klingen schon mal erledigt Und das ist noch ein Bossraum Das gefällt mir aber nicht Ist das Kurs auf den Labyrinths? Dass wir zwei Goldräume sind Dafür aber auch zwei Bosse Okay Keine Herzen sehen Ich möchte den freischalten Es ne KP ab Das finde ich gut Manso Okay Okay Dann hatte ich aber auch richtig viel Pech Wenn ich das machen will Dass ich zwei Ebenen Keine machen will Wenn die Ebenen dann so riesig sind Aber naja Wird schon irgendwann klappen Vielleicht Hoffentlich Vielleicht klappt es ja in den nächsten In beiden Ebenen Vielleicht Vielleicht auch nicht Ich hab keine Ahnung Monstro Du bist ein bisschen doof gerade Ich mag dich Nee Immer noch meine heiligen Tränen Ziemlich viel Schaden Es kommen aber so selten raus Leider Und ich sehe ziemlich gruselig aus Das sieht nicht gesund aus Du solltest mal zum Augenarzt gehen Isaac Das ist nur so nett gemeinter Wirklich freundschaftlicher Tipp Aber vielleicht solltest du auch Oh okay Ist nicht gut Okay Schon wieder getroffen worden Geh mal da rein Gut Speed plus Shot Speed ab Okay Die Herzen Oh ich lächle so süß Äh Nehme ich die jetzt Oder nicht Ach komm Scheiß drauf Das werde ich schon irgendwann hinkriegen Ich nehm mach es denn irgendwann Wenn nicht gerade ausgerechnet Hier Zwei Bosse sind Ja Wird schon Hab ich es jetzt Ja diesmal nicht geschafft Moment Das sind zwei Ebenen Ach es zählt ja zwei Ebenen Das ist interessant Hätte ich das gewusst Dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht Na egal Vielleicht okay ist mal wieder Da oben ist ein Kampfraum Da will ich erstmal noch nicht rein Und diese Gegend Gefällt mir wieder mal Überhaupt nicht Ich hasse diesen Mann Ich meine Wurde gerade Geheif Äh 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 Reden Verheiligt So Jetzt ziehen wir ein bisschen weniger Los Und dann kann Kann ich dich auch mal besiegen Mist wie So Schlüssel Das ist gut Kann ich Gold rum aufschließen Diesmal war kein Kost Wieder normal hier Ne Treib halt Ist es auch eine neue Fliege Oder ist die auch alt Also die explodiert Irgendwie Ja genau Ich hab gedacht Normalerweise hat die Irgendwann das Gesicht gehabt Und war nicht so Traurig Aber ich kann mich auch wieder irren Oh nein Geh mal weg Oh oh Ah Störb mal Verdammt Das sind ziemlich viele hier Ne Würde ich nur mal gesagt haben Jetzt geh du erst mal weg So Alter Diese Gegner werden Mein Untergang Ich seh's jetzt schon Komm Ich sterb Bin ja fast tot Kann ich wieder Ein Pullover Von letztem Mal Kriegen Das wäre sehr sehr schön Äh Oh oh Die sind halt so wild Weil die machen nur fliegen Und fliegen können ja nix Wenn man sie den trifft zwar So Und du noch Gut Äh Shop lohnt sich nicht Deswegen geh ich einfach wieder hoch Oh Gott Ach ich könnte ja einfach so machen Ne Ja Will das gehen Ja es geht Cool Ah Sterbt einfach mal Bitte So einer ist weg Vielleicht gibt es ja eine Full Health Pille Man möchte ja jetzt mal hier träumen Ne Ja okay Das wird wahrscheinlich nix mehr Ja dann bin ich tot Okay Äh Das war ja ziemlich kurz Deswegen mach mal Jetzt hör mal auf mit Cursen mit den Labyrinths Ich mach jetzt hier einfach so Mach ein New One Und starte von vorne Ich möchte jetzt hier keinen Cursen mit den Labyrinths haben Dankeschön Was bist du? Little Brimstone Evil Friend Brimstone kenn ich Ist das Oh cool Okay Das fing doch schon mal viel besser an Dann machen wir diesen One jetzt hier auch noch einfach hinten dran Dann habe ich halt zwei Ones in einem Part Und werden dann diesem One hier im zweiten Part vorsitzen Das passt schon Das war noch nicht lang genug für ein Video glaube ich Vielleicht doch Ich hab keine Ahnung Frag mich nicht Zum Glück gibt es halt längere Videos Oder mehr Videos Das ist ja auch nicht schlimm Weil Es gab ja schon in einem Millionen Jahre Kein Video mehr Wie immer So Boah das war hart Okay Naja Was auch immer Du hast auch kein Problem Gott sei Dank Schlüsse sind immer gut Und der Raum ist groß Aber gut dass ich Little Brimstone habt ihr halt einfach mal alles gesiegt Kannst du auch das Fall daraus machen bitte Weil das ist so ein rotes Fall Das kann mich abschießen rein theoretisch Ich weiß nicht ob es mich abschießen kann Obwohl es Hinter den Stein ist Aber ich glaube schon Kann mich aber auch hören Der Raum hat voll wenig Abzweigung auch hier Aber das ist gut Yay Fancharakter wo man der 55 Münzen Das hilft auch in die Richtung schon mal Das ist noch richtig viel Geld Wenn ich mehr Bomben finde Mach ich das auf Oh toll Jetzt hab ich schon wieder Schaden bekommen Immer diese Arschlochviecher Heizt mich ja nicht auf Hm Hier ist auch noch Geld Die hat mal eine Bossanzeige aus irgendeinem Grund Diese Gegner Ich weiß nicht warum Schlapp gehe ich nicht Und dann gehe ich mal einfach zum Boss Hoffe dass es nicht Dinge ist Obwohl ja ziemlich viele Kackhäufchen auf der Ebene waren Deswegen es sehr gut sein könnte Aber naja Und es ist The Duke of Flies Ja das geht eigentlich Schau dir das an Little Brimstone ist voll OP hier Oh yeah Und RIP Mom's Purse Range und Lack ab Der hat es nämlich absichtlich nicht mit Und es geht weiter Mir fehlt nur ein halbes Herz Von daher passt das schon Mom's Purse kannte ich auch noch nicht Aber das hat nicht viel zu bedeuten Iiiget Ich gehe einfach durch Sie sind öffne dich Irgendeine Bombe Skitter Bombs We put bombs in your bombs Oder stand irgendwie We put bombs in your bombs Oder we put fleiß in your bombs Irgendwas sowas Nein Tschüss Habe ich den Schlüssel gleich wieder Das ist schön Das mache ich auch kaputt hier War aber nix Aha Das ist interessant Wir haben alle Zeit der Welt Ganz langsam Yay Ich mache es jetzt ein bisschen Überforsicht wahrscheinlich Aber naja Was soll's Puh Da muss Laufen da wahrscheinlich durch Ohne stehen zu bleiben Ist mir aber gerade wurscht Ach Da gehen sogar die Stachel weg Und ich kriege noch einen Schlüssel Schlüsseleriedriss Da brauche ich zwei Schlüssel Für um da unten rein zu kommen Aber so viel habe ich dann doch wieder nicht Hm Hm Okay Ist nix Boah Boimstone Du bist echt mein BFF Oder so Mützen habe ich immer noch nicht genug Für den Shop Dann gehe ich mal zum Boss Und es ist Dengel Ist der schlimmer als Dengel Ich hasse euch Ich hasse euch Entwickler Zum Dengel Nicht schlimm genug gewesen wäre Hahaha Was soll ich denn machen Ich musste da durch Immerhin ist er fast tot Wenn ich bin Jetzt bin ich fast tot Jetzt Stirb mal Das wird ein Damager Wenn ich jetzt hier durchgehe Ohne was zu nehmen Dann schalte ich die aber frei Von daher Ist es mir das wert Ich nehme lieber die ganzen Herzen mit Ich möchte den Run ein bisschen länger halten Mann Ich muss mal irgendeinen Run haben Wo ich einfach keinen Schaden nehme Ist der noch irgendwo Herz gewesen? Ne Ja dann Nichts wie durch Goddammit Caves 2 Und ich sehe gerade Ziemlich entstellt aus Verdammt Das ist Beute mit Sachen Justice May your future become balanced Was auch immer das bedeuten mag Geh weg Und noch ein Herz ist gut Okay Die Rollen momentan sind nur halb so wild Oh Gott Ich hasse euch Ich hasse euch Ich hasse euch alle Ich hasse diese Viecher Jetzt habe ich den einen da nicht gesehen Der neben mir war Fick dich Das ist der HP ab oder? Ne It's called It's called It's called It's called It's called It's called Twinket Twinket Gibt es doch das Dafür ist mehr Herzen droppen Sieht fast so aus Okay Damit kann ich leben Ist ja sonst noch was Ja da unten rechts Muss ich nochmal lang Okay Wenn das so ist Dann mache ich das halt auch Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Oh Gott Mir wurde gesagt Dass es schon immer was war Dass aus dem Ding Die Viecher hier rauskamen Die da Und da kann ich mich Wirklich überhaupt nicht erinnern Aber Vielleicht war es wirklich Nur ein anderer was Naja Soll ja schon mal vorkommen Ne Ich habe ziemlich viele Bomben Die schon wieder So Ich hätte alle Gegner Äh verwirren können Das macht diese Kacke hier Es wurde mir gesagt Das ist sehr nett von dir Ich danke Hier ist ein Pilz Shr Wink Shot Ich sehe mehr Wäre mir sehr merkwürdig aus Aber ich mache jetzt Meine Gegner anscheinend Kleiner Wodurch sie schwerer werden Zu treffen Das ist ja schön Zumindest habe ich das Jetzt so interpretiert Ja Erst ab 15 Münzen Lohnt sich das Shop Von daher lasse ich das Jetzt auch bleiben Wo könnte denn der Geheimraum sein Da links Ne Da könnte er nicht sein Wenn ich jetzt Einmal nach oben gehe Da könnte er doch nicht sein Oder Ne Ne Ich meine nicht Ich weiß aber nicht wo sonst Wo denn Wo soll denn sein Egal Könnte eine Bombe Für drei Münzen austauschen Und wie oft Ich dann noch in Hotel laufen Egal Aber ich Ich meine weil der Raum So schlank ist Kann man da nicht hin Aber ich könnte mich auch Egal Boss The Stain Kenne ich auch nicht Du bist eklig Und hässlich Und scheiße Allgemein Oh Gott Oh Gott Ah Nein Was ist das denn Für ein Kackboss Den möchte ich aber nie Wieder haben Je nach Ne Passt du mal wieder auf Dankeschön Ich möchte wieder mal Schaden machen können Die Attacke hier ist mega kacke Die geht eigentlich Was macht denn die rote kacke Macht die einfach Ich glaube die macht mir Schaden Den ich gegenlaufe Kann mich aber irren Und tschüss Let's key Lack ab Und Schlüssel Ich glaube die rote kacke Komm einfach wieder Und immer wieder Und macht mir Schaden Ja genau Ja dann Weiter Ne So übersieht es gerade nicht aus Was ich auch immer gerne hätte Wären Die mit dem devil Hatte ich bisher noch gar nicht Okay das kann ich vergessen Da ist nix Und Ihr macht bumm Warum genau Kommen jetzt diese Viecher da raus Das finde ich nicht okay Oh Gott Nein Nicht die Nicht die verabscheue Auch wenn sie schöne Geräusche machen Wenn sie so klein sind Aber Ne Bitte nicht Dry baby Immortal friend Okay Das hört sich nicht gesund an Trockenes baby Hm Ein unsterbliches Trockenes baby Das ist ja Sehr angenehm Ich könnte dafür zwei Schlüssel Rechts sein Aber ich weiß nicht Ob ich das will Will ich das? Sag mal Will ich das? Ich weiß es nicht Ob ich das will Ich hätte dann immer noch Drei kommen Ich weiß noch nicht was da genau Drin sein kann Und was da drin ist Drei Sachen Blasting Cap Pop Pop Bleeblabblab Oder It's Dings Ich weiß nicht was die drei Sachen machen Rainbow Worm Ich schieße viel schneller oder? Mit Rainbow Worm Kann das sein? Ja Ich war da ich nur bei dem weiß was es ist Und mehr Herzen sammeln ist Oder soll ich mehr Herzen sammeln nehmen? Behalten Alter Hm Jetzt nicht mehr Ach das sind zufällige Tränen immerzu Okay Ich glaube ich war einfach beim Childsat Weil ich weiß was das heißt Ich kriege mehr Herzen Oder was Oder heißt Plastik Cap Irgendwie Einsam mich noch aus Den kann man hier irgendwie Die kann kaputt machen Nee Okay Gut dann behalte ich das Wenn ihr mir sagen könnt Was die drei Sachen hier machen Wäre es sehr nett für euch Und ob ich da jetzt Irgendwas riesiges Geiles verpasst habe Was ich wahrscheinlich habe Aber so So sei es dann nun mal Ich hab keine Ahnung was das macht Jetzt mach ich mal auf Jetzt mach ich mal auf Junge Gut Küste Pille 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 Lack ab Okay Hat er es gerade wieder gesagt Lack ab Ich glaube schon Egal Oh shit Bin nicht froh dass ich Brinstorm baby Sonst wäre ich schon Wo ist denn dann noch Da Da werde ich definitiv Eine Bombe für Opfern Oh Gott Das kam unerwartet Ach ist das das Item Was ich aufgesammelt habe We put bombs in your bombs Natürlich Das ist das Okay gut zu wissen Das war auch diesen one Oder ich glaube schon Oh fuck Yo dog I heard you love bombs Like bombs So I put bombs in your bombs So you can bomb with bombs Oder so Ich wollte irgendwas cooles sagen Hat aber nicht funktioniert Wie immer Endlich Und da ist mein Bombe zurück Ich habe immer noch nicht genug Geld Um das sinnvoll zu machen Wenn ich zwei Münzen noch kriege Dann gehe ich da rein Das macht I can see forever Ach das heißt Ich kann Geheimräume sehen Ich meine das heißt es Dann muss ich die Geheimräume nochmal suchen Das ist ja wohl logisch hier so Irgendwo wird dann hier Genau hier Hier ist der Mit ein paar Bomben Okay Alter Nehme ich natürlich alle mit Das ist ja wohl logisch Ich könnte dann sogar Hätte sogar ohne Schlüssel hier reingehen können Das ist sehr interessant Irgendwo ist Ist hier noch ein super Geheimraum Irgendwo müsste doch noch einer sein Ich gehe jetzt einfach alles durch Oh Gott Geh weg Dankeschön Wupp Warm Wusch Das macht wirklich einfach nur Dass ich schneller schieße Oder? Ja dann Wenn es so ist Dann nehme ich es mit Oh das war knapp Herz Brauche ich gerade nicht Gott sei Dank Na guck mal Da ist der super Geheimraum Was haben wir denn da Schönes drin? Bisschen Kacke Ist ja der Wahnsinn Weil dann Irgendwas weiteres In dem Raum Was ich jetzt nicht gesehen habe Es wäre schön Oh last Hallo last Oh oh du bist flott unterwegs Hilfe Obwohl du bist ziemlich dumm Okay Poison touch Little baby Little baggy Has appeared in the basement Hey Errungenschaft Ist ja schön Das ist ja super Das war dann alles oder? Ich würde sagen schon Jetzt habe ich keins mehr gefunden Ich könnte natürlich hier noch eine Bombe Komm ich habe so viele Bomben Warum mache ich das nicht? Moment Wieso hat das nicht funktioniert? Hätte es hier nicht Weg drüber machen sollen? Egal Ich habe genug Bomben Okay Mehr Bomben Und einen Schlüssel Okay Dann hat es sich doch gelohnt Ich könnte doch die ganze Kacke kaputt machen Das hält mir gerade auf Soll ich das machen? Ich glaube das mache ich einfach mal Weil warum nicht? Ist es noch mehr? Nö Doch da unten ist noch eine Dann ab zum Boss Was? Würde ich mal sagen The Frail Der schon die Hälfte des Lebens verloren hat Aus irgendeinem Grund Den ich nicht kenne Ich muss an meinem Twinket eigentlich liegen Weil ich nicht wüsste Woran es sonst liegen kann Habe ich irgendein Item Das ist irgendwie Achso er lebt sich einfach wieder Mit vollem Leben Hat den Arsch Das ist nicht sonderlich lecker Aber er ist schon wieder Aber er ist schon wieder fast tot Oh Gott Er hat rote Augen Alter Hey das darf nur ich Hallo Das ist meine Mein Nee Das ist die Aufgabe von meinem Little Baby Ding Jetzt da Boomstone Aua Tschüss Ein Pflaster Und Bandage HP ab Finde ich gut Kann ich auch gleich auffüllen